Okay, so hier sind wir jetzt am Stand von Aguilar. Aguilar hat was super Neues und zwar die SL410. How are you doing? Welcome from the NAMM show. It's good to see you. It's good to see you, Dave. Und er wird uns jetzt ganz einfach die neue Box mal zeigen und wir haben hier auch jemanden, der die Box vorstellen wird. Das ist Brian. Hören wir einfach mal zu. Right, Brian Siona is going to help us demonstrate the new Aguilar SL410X cabinet today. Brian is a great bass player, plays a lot of big gigs, and terrifically a good friend of Aguilar and one of our endorsers. First, a little funk from Brian Siona. All right, all right. Brian clearly has the funk, but let's see. We're going to do some beautiful chord work and we can hear the detail in the cabinet. The cabinet has a great, beautiful sound across the mid-range. There's those holes in the frequency response, good low-end. So when Brian plays chords, you're going to hear everything speak. We're going to beat again. All right, so that's all we're gonna make. You're going to adjust the tone of the score down. We need some kind ofyor-poilевalter, and we're gonna make some sense of rhythm. We need some tension with it, but we need some kilquirefully equipment. But we don't need some kind of rhythm, we need some st opioids in there. Yes, and I want sayakk power. Ja, Brian, das ist der SL410X, ein sehr leichter Kabinett. Ich werde es abholen. Stefan, ich werde nicht Sie abholen, weil niemand würde glauben, dass das Kabinett leicht war und Sie abholen. Aber wenn ich es abholen kann, wissen wir, dass es leicht ist. Das stimmt. So geht es auch mal. Dave Bohnschoft hat mal die Sache in die Hand genommen und hat es auch sehr gut gemacht. Wunderbar. Er führt uns jetzt noch vor, wie leicht wirklich das Kabinett... Moment, Moment, Moment. Er zeigt uns jetzt auch noch, wie leicht wirklich diese Box sein wird. Er hat schon gesagt, ich soll es nicht hochheben, ich mache das locker, aber er könnte das nicht so, deswegen wird er jetzt hier nochmal zeigen. Okay, so, let's go, Dave. Oh, Mann. 49 pounds, it's around 22 kilos. Ja, 22 Kilo ungefähr wiegt die Box. 4x10, 800 watts. 800 watts RMS. 800 watts RMS. Great sounding cabinet, very portable, and we hope you give it a try at Session Music. Oh, okay, so you can put it down. Okay, ja, ist immer lustig hier am Statt von Aguilar. So, thank you very much. Thank you. Thank you, Stefan. Such a great company. Yeah. Remember, we want our beat medium rare. It's medium rare, always. This will be a running game of next years. Alright. So, okay, alles klar. Scherz doch zum Schluss. Das war's jetzt von der Aguilar Stand. Immer sehr, sehr lustig hier. Alles klar. Bis dann. Ciao. Bis dann. attaffi schon. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020